Guten Morgen, wir starten in Showday Nummer 2 mit ein bisschen Beautyprogramm, weil ich sag's euch ehrlich, es war für mich gestern ein bisschen schwierig einzuschlafen. Ich war so voll mit Adrenalin und Gedankenkreisen und wir sind heute schon um halb sechs aufgestanden, weil heute ist die Registrierung ein bisschen früher unter Wettkampf als gestern. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben und es wird schon meal geprept hier im Hintergrund. Willkommen in der Chaos Kitchen und ja, ich bin ready für einen weiteren Showday. Ich kann's noch immer nicht ganz glauben, was gestern alles passiert ist. Ja, ich freue mich auf heute und nehme euch wieder ein bisschen mit. Wir haben auf jeden Fall heute schon Formbilder gemacht, also Check-In ist schon raus an die Jule. Mein Gewicht heute 100 Gramm mehr als gestern. Gestern Stage Weight bzw. in der Früh waren ja 52,6 Kilo, heute 52,7. Und wenn das Meal Prep fertig ist, dann machen wir wieder eine neue Farbschicht und Make-Up und Haare ready und dann geht's ab zum Wettkampf. So, Farbe ist erledigt und jetzt gibt's Frühstück. Es gibt wieder Rice Pudding, Haselnussmus, Rosinen und Reismilch. So, ich hab mein Frühstück gegessen und jetzt ist es Zeit wieder das Make-Up zu machen und die Haare. Backstage be like, Carbs essen und chillen die ganze Zeit. Jetzt gibt's meine zweite Lademahlzeit, meinen Rice Pudding. Ich esse den Löffelweise, damit mein Bauch nicht zu voll wird und ich meine Taille maximal schmal halten kann, dann auf der Bühne. Und ein bisschen später gab's noch ein paar Löffel von meiner nächsten Lademahlzeit. Wir sind gerade ein bisschen in der frischen Luft. In der frischen Luft, an der frischen Luft. Und snacken Reiswaffeln und vertreten uns die Beine, weil ich komme erst wahrscheinlich um 18 Uhr dran. Und jetzt hat die Bea gemeint, frische Luft kann nicht schaden und ein bisschen Bewegung. Und Reiswaffeln auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Snackboxen.